Benötigst du ein VPN auf deinem Handy? Hier ist eine kurze Checkliste. Verbindest du dich mit öffentlichen WLANs? Verwende ein VPN, um deine sensiblen Daten zu verschlüsseln. Ohne ein VPN sind deine Daten bei jedem Internetzugriff anfällig für Hacker. Auf der Suche nach Privatsphäre? Wähle ein VPN, das keine Protokolle speichert und dich vor der Überwachung deiner Browsing-Aktivitäten durch den Internetanbieter schützt. Du planst deine Auslandsreise? Hol dir ein VPN, um auf deine Lieblingsinhalte online zugreifen zu können. Es kann vorkommen, dass bestimmte Inhalte, an die du gewöhnt bist, in anderen Ländern nicht verfügbar sind. Du verwendest kein Smartphone? Nö, du brauchst kein VPN. Für weitere Tipps zum Thema Datenschutz und Sicherheit im Internet vergiss nicht, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren.